Ja, jetzt stehe ich hier bei Heike in der Galerie und sie hat mich gebeten, etwas zu einem Foto zu sagen, was mich besonders anspricht und ja, wie sollte es anders sein? Natürlich spricht mich dieses Foto ganz besonders an. Ich wusste allerdings noch nicht, warum. Und wie ich jetzt hörte und erfuhren, ist es eine Montblanc-Feder, also von einem meiner Lieblingsschreibgeräte. Aus dieser Feder fließen wunderbare Krimis, mörderische Geschichten, Gruselgeschichten, schöne Liebesgeschichten und dieser Schreiber ist seit Ewigkeiten bekannt und bei Autoren beliebt.